Ok. Hello it's the Martian Space Jam Jardins I want this year forever wake up and smell the garden fresher than the harvest Herzlich Willkommen zurück hier in Insel The Visions. So. Wir gehen jetzt hier rein. Und werden mal unseren Bericht abliefern. Hey, das sollten Sie sehen. Ah, ein bisschen auffüllen können wir. Hab ich jetzt ausgefüllt? Ne, nicht zuvor. Richterstatt. Fantastischer Arbeit, Agent. Sie haben gerade noch den Deckel draufgekriegt, bevor es überkochen konnte. Wir alle danken Ihnen. Was Sie getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel, da ich mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe. Jetzt muss ich nur noch mal rauswählen, wann jemand den Shit ausstellt. Das wäre natürlich auch noch mal was. So. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. Eine bessere Auswahl finden Sie nirgendwo. Ich hätte ja gerne das hier. Verkauf ich was? Schrotflände brauche ich nicht. Schrotflände brauche ich nicht. Schrott markieren. Das will ich auch nicht haben. Also so viel besser ist das nicht. Das hier. Das. 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 Jetzt möchte ich den Schrott verkaufen. Die Ter-Version M9. Da müssen wir mal gucken. Haben wir jetzt genug Geld? Leider nicht für diese hier. Das könnte Ihnen den Arsch retten. Vielleicht. Ich verstehe doch nicht, warum ich nicht auffüllen konnte. F. Nein. Laufen Sie doch nicht weg. Entweder. Nein. Kann ich nicht... Jetzt aber. Er mag nicht. Er mag não seine Munition aus meinem Grund erfinden. Das war so. Wir könnten jetzt einfach noch mal eine andere Scale ausprobieren, nehmen wir mal diese Kranladen, probieren die jetzt mal aus in der nächsten Mission Revierbedarung. Mh, ein bisschen schneller. Hark, wir müssen auf dem Spielplatz spielen. Wollen wir bewegen? Nein. Gehen wir doch mal hier gucken, was wir hier finden. Aha. Aha, jetzt müssen wir hier mit einer Gruppe spielen. Schnellsuche. Spielersuche. Probieren wir einfach mal aus. Das sind natürlich keine Menschen, die ich kenne online. Team Tabellator Taste. Drücke Tab. Warten Sie. Andere Wartensee. Das ist nicht geklappt. Schnelle Spielersuche. Spielersuche. Wie ich gerade... Wir müssen Gruppenleiter sein. Agent, bringen Sie das Revier wieder unter Kontrolle. Verlieren wir es. Verlieren wir Brooklyn. Ja. Eingeladen. Eingeladen. Bin ich jetzt allein? Wir haben Bewegungen auf dem Dach. Ich glaube, die haben Granaten. Willst du sterben? Das weiß ich, wie die Welt machen. Aber das geht hier auch alleine anscheinend. Die erste Mission hier. Wow, ist jetzt nicht so schwer, sagte ich gerade. Ja. Reichen Sie das Parkhaus. Brooklyn Zentrale. Hier Division Command. Wir haben einen Agenten zur 84. geschickt. Aber alle Eingänge sind blockiert. Division? Das ist die beste Nachricht seit Monaten. Kommen Sie von hinten über das Parkhaus. Verstanden, Agent? Da geht's rein. Los. Wir haben aber noch Kalomation. Nein. Ski. Komm, komm, komm. Warnung, weitere Feinde nähern sich ihrer Position. Ich kann nicht aus Platz. Ich kann nicht aus Platz. B Breeze bei dem Fals. Warum? Mach mal auf die Schlage. Es geht hier. Es geht nicht aus. Es geht nur ab. Es geht nicht aus. Es geht nicht aus. Ja. Oh Gott. Schaden müssen die Fläche für den Fläche hier ver fora. Oh Gott. Ich habe hier ein Wettbewerb. Oh, ein Wettbewerb. Oh, ich weiß nicht. Oh, okay. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position! Dann kommen wir wieder auf die Zunde umsteigen, da unsere Zunde packen wird Ah da gibt es doch Munition hier, ich würde die jetzt gerne mal auffüllen Irgendwo angeblich da drin, super Super Parkhaus erreicht, das Parkhaus sichern Ich freu mich ja wie man schleichen kann Nein Kann man schleichen? Hier ist jeder auf sich gestellt Wenn ich den X-Bürstern hole, kann ich nicht ganz langsam laufen Nein, lieber mit Maus und Tassadeur Wo war die Munition? Hier vorne, hier links, hinter, in dem Raum Der JTF kann nicht vertun Ist das so ein Penner? Ich bin hier in einer Höhepern Mach mich hier Oh ja, ich bin da Ich bin da Mann gefallen Toll Super Ich bin da ja auf jeden Fall Ich bin da ja auf jeden Fall Ich bin da Das sind auch noch ein paar kleine Gegner Ja Mittlere Maustaste ist es gewesen Nächstes mal zum Heilen Momentan steh ich, ja. Man sieht nichts. So. Letztens mal. Ich habe was gesehen. Was gefunden. Irgendwas. Die Geisel finden. Das ist nun nicht zu Ende. Alarm! Feinde entdeckt! Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Auf Wiedersehen. Ich würde das gerne auflegen. Hallo? Ein Sandgeschoss, okay. Hier haben wir eine Kiste. Schuss für den Schoner. Und endlich Munition. Vielleicht klappt das jetzt auch mal. Ja, wir konnten endlich wieder Munition auffüllen. Das ist ja auch alles. Vielleicht haben wir kein Problem mehr eigentlich. Wie geil sind wir denn? Oh, da war der. Kein Ding. Kein Ding. Irgendwo hier ist was. Nahrungsmüllkonserve. So, das Set ist auch sehr schön. Ohne Stockwerk durchsuchen. Habe ich doch gerade. Genau das habe ich alleine gemacht. Ja, gut. Hier ist noch was. Irgendwo. Nahrungsmüllkonserve haben wir jetzt schon mal einige. Okay. Alarm. Feinde entdeckt. Aha. Ich nehme was ich kriegen kann. Nach mir vor. Ich nehme was also. Einkommen. Freies Schussparken. Warnung. Weitere Feinde nähern sich ihrer Position. Ah, nein! Kann man nicht durchschießen, wo du es in den Halt bist? Weitere Feinde nähern sich ihrer Position So, Stockwerk hier durchsuchen Hier rein Die Dosen sind voll Jetzt auch noch was Das ist gar nichts Auffüllen Machen wir die Anführer ausschalten, der könnte ein bisschen schwieriger werden Auffüllen Granate, ach nein Ach gut, wir haben sie gleich wieder mit den F Das war auch schonmal sehr schön, eigentlich Ich hab was für dich Ich wollte nicht das so Das Die Dosen sind nicht realisiert, wir haben zu Äh, wir brauchen ein paar Mal Ein Beine, dass sie hier sind Warnung! Weitere Feinde nähern sich ihrer Position. Warnung! Warnung! Were impressal?! Ouuuuuhh!! Nein, neIN, neIN! We must not run! Noo!!! Ja, das war noch ein sehr guter Kampf, mal umgucken, vielleicht liegt hier noch irgendwas, aber eigentlich habe ich auf der Fall auch nicht so gesehen, Munition halt, aber sieht nicht so aus, so, das macht wahrscheinlich mit mehr Leuten mehr Spaß, da kann man auch taktischer vorgehen, äh, helfen, 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 helfen ist eine andere Geschichte, aber sehen wir selbst, es sind jetzt noch ein paar mehr Agenten bei mir, wir treffen uns mit Agent Lau und fliegen zusammen, Commander Chang, Ende. Sehr schön. Einführung Waffen. Schaden pro Sekunde, ja, die Übersicht, Schaden, Präzision, Waffen, ja, gleich, nur Musik, E, alles klar. So. Das war doch sehr schön. Dann soll ich an der Stelle auch wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen da oben da, wenn nicht, dann nicht und tschüss.